Witt Kreisselgen von Scheppach Herzlich Willkommen zu diesem Video. Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Seit 1961 ist der Hauptsitz der Firma in Ichenhausen. Hier teilt sie sich mit ihrer Tochtergesellschaft Wurzter GmbH ein über 40.000 Quadratmeter großes Areal. Der Hersteller hat 2004 die Firma KTSAS in Frankreich übernommen. 2015 wurde die Tochtergesellschaft Scheppach Franz Saal in Straßburg ins Leben gerufen. In Toulouse befindet sich ein weiteres Vertriebsbüro. Daneben ist das für Qualität wie Zuverlässigkeit stehende 90-jährige Maschinenbauunternehmen mit einer weiteren Tochtergesellschaft in Australien Sydney unter dem Namen Scheppach PTY. LTD bekannt. Der moderne bayerisch-schwäbische Konzern wächst ständig mit mittlerweile über 200 MitarbeiterInnen. Das renommierte Unternehmen wurde von Schwaben Josef Scheppach 1927 bei Grumbach Niederraunau aufgebaut. Zu Beginn produzierte der familiengeführte Konzern Brennholzägen und Landmaschinen. Im Jahre 1950 wurde die Firma durch die Söhne Josef und Fritz vertreten. Es entwickelt und fertig innovative, hochqualitative wie zuverlässige Geräte und Produkte. 2005 erweiterte sich das Sortiment mit Generatoren, Baugartenmaschinen, Akkuapparaten, Elektrowerkzeug wie Kompressoren für Heimwerker und Profis. Basis bei diesem traditionellen Hersteller sind deutsche Ingenieurskunst, Qualitätsstreben wie einfundiertes Wissen. Das Unternehmen Scheppach fertigt im Bereich Garten, Hof und Werkzeugen über 300 Produkte wie auch Maschinen. Durchdachte Produktauswahl, individuelle Konfiguration sowie attraktive Designs spiegeln diesen wider. Schwerpunkt des Echenhausener Konzerns Die erfahrene Firma bietet diverse Holz-Metall-Bearbeitung Utensilien, zahlreich handgeführte Geräte wie Akkumultitol, Akkumaschinensets und Taschenlampen. Des Weiteren findet man im Angebot Schweiß-, Hebe- wie Drucklufttechnik Werkstatteinrichtungen Messinstrumente Baumaschinen Klimaapparate Stromerzeuger Gartenpflege Bei der Garten- und Hofkategorie deckt der bayerisch ansässige Hersteller Holzspalter, Fördertechnik und Sägen ab. Bei letzteren Gliedern sich diese in Doppel-, Rolltischkreissäge und Wippsäge auf. Technische Fakten zu Wippkreissäge von Hause Scheppach Die 220 bis 400 V-starken, effizienten Wippkreissäge bestehen überwiegend aus robustem, geschweißtem und stabilem Stahl. Ihre Motorleistung kann zwischen 200 und 5200 Watt liegen. Die Sägen bieten eine enorme Schnittleistung. Bewertungen von Echenhausener Sägen. Bewertungen von Echenhausener Sägen Pro zu den Wippkreissäge Mit diesen leistungsstarken, hocheffizienten Maschinen aus dem Hause Scheppach können Sie rasch, kraftsparend sowie sicher größere Brennholzmengen verarbeiten. Die besondere Stahlkonstruktion der Sägen eignet sich hervorragend zum Dauereinsatz. Zusätzlich ist eine Wippkreissäge mit einem Standard-HM-Sägeblatt meist 700 mm Durchmesser, etwa 42 Zähnen, ausgestattet und verfügt über eine optimale Fahrvorrichtung für einfache Beweglichkeit. Weitere Pluspunkte der von Bayerisch-Schwäbischen Konzern angebotenen Modelle sind große Arbeitsflächen mit ausreichender Sicherheit und einer langen Lebensdauer. Contra über Wippkreissäge von diesem Hersteller. Bei einigen Maschinen sind zielgerichtete und, genaue Schnitte nur bedingt möglich. Zudem gibt es Versionen bei denen kein Fahrwerk vorhanden ist. Außerdem haben kleinere Geräte dieser Kategorie oft sehr begrenzte Schnitttiefen, was allerdings bei allen Wippkreissägen dieser Größe der Fall ist. Paar der Profi-Modelle können schwer ausfallen. Heimwerker-Versionen sind manchmal instabil. Im World Wide Web lassen sich aktuell keinerlei negative Erfahrungsberichte, Testvergleichsseiten oder Kundenrevisionen zu den Geräten vorfinden. Natürlich können jeden Tag neue Eintragungen hinzugefügt werden.